Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von meingeld.tv auf dem Assikuranz-Award hier in Frankfurt. Begrüße ich ganz herzlich Herrn Siegfried Isenberg. Er ist Fachbereichsleiter, Vertriebspartner bei der IKK Classic. Guten Tag, Herr Isenberg. Hallo, guten Tag, Frau Wegewold. Herr Isenberg, die IKK Classic hat sich in der Kategorie Nachhaltigkeit und ein Award beworben. Weshalb ist Ihnen denn das Thema so wichtig? Das ist uns so wichtig, weil Nachhaltigkeit ein ganz bedeutendes Gegenwarts- und Zukunftsthema ist. Und gerade große Unternehmen sollten dabei als Vorbild vorangehen. Die IKK Classic ist so ein großes Unternehmen mit drei Millionen Versicherten, mit über 7000 Mitarbeitenden. Und das heißt, dass wir eine hohe soziale Verantwortung haben. Und dieser Verantwortung kommt die IKK Classic sehr gut nach. Einmal mit unserem Kerngeschäft. Wir sorgen für die Gesundheit unserer Versicherten, unserer Kundinnen und Kunden und einmal aber auch mit ihrem darüber hinausgehenden Engagement für Diversität, für Inklusion, für Klimaschutz. Und deshalb ist es uns eine ganz große Freude, dass wir in dieser Kategorie hier die Möglichkeit haben, uns zu präsentieren. Ja, wir werden sehen heute Abend, wie die Ergebnisse ausgehen mit den Awards. Denn heute Abend werden die Awards verliehen. Aber Sie haben als gesetzliche Krankenkasse, haben Sie eine Außenseiterposition im Feld der Teilnehmer. Wie sehen Sie Ihre Rolle als Botschafter beim Asse-Kuranz-Award? Der Asse-Kuranz-Award steht für einen fairen Wettbewerb und für das Streben nach Exzellenz. Und es ist mir immer wieder ein wirkliches Vergnügen, als gesetzliche Krankenkasse zu zeigen, zeigen zu können, dass wir diesem Wettbewerb standhalten, dass wir in diesem Wettbewerb eine Rolle spielen. Und ja, wie schaffen wir das? Warum ist das so? Die IKK-Klassik engagiert sich halt sehr in zeitgemäßen Themen wie Digitalisierung, wie Nachhaltigkeit. Produktqualität ist uns besonders wichtig und natürlich der Wettbewerb um den freien Vertrieb. Und das wird alles wunderbar auch durch den Asse-Kuranz-Award repräsentiert. Da sind wir sehr gerne dabei und fühlen uns in diesem Teilnehmerfeld absolut wohl. Wir gehören dazu. Das stimmt absolut. Und wir freuen uns auch sehr darüber, dass Sie als einziger Krankenkasse hier bei uns sind. Das bedeutet ja auch in alle Einstellungsmerkmale. Doch eine Frage haben wir noch. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Präsenz beim Asse-Kuranz-Award der Mein-Geld-Mediengruppe? Ja, das ist für uns ein sehr wichtiges Event, weil der Asse-Kuranz-Award gibt uns halt eine Bühne. Wir können uns hier präsentieren als IKK-Klassik, denn wir sind der Meinung, der Überzeugung, wir sind die GKV für Vermittler. Und da empfehle ich sehr die aktuelle Titelstory der Mein-Geld-Print-Ausgabe. Dort bringt unser Geschäftsführermarkt, unser Geschäftsführermarkt Thomas Leutel, auf den Punkt, weshalb Mann und Frau die IKK-Klassik wählen soll. Einmal als Krankenkasse für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch eben als Partner, als Produktgeber für die Vermittlerinnen und Vermittler. Und ja, diese Bühne einfach zu nutzen, uns bekannt zu machen mit unserem Image, das ist eine wunderbare Gelegenheit beim Asse-Kuranz-Award. Deswegen sind wir sehr gerne dabei und deswegen möchte ich auch noch mal sagen, ganz herzlichen Dank an das gesamte Mein-Geld-Medien-Team, die ja mit ihrem Engagement dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen können, dass wir unsere Performance verbessern, dass wir wach bleiben im Wettbewerb. Und das ist auf jeden Fall eine ganz wunderbare Zielstellung bei diesem Wettbewerb. Und wir freuen uns unglaublich. Es gibt ja auch neue Jury-Mitglieder, es gibt wieder einen neuen, frischen Wind. Genau. Da bin ich gespannt, wie die hier den Abend rocken und freue mich sehr auf eine große und großartige Veranstaltung. Wir auch. Vielen Dank. Und wir drücken mal die Daumen für heute Abend. Vielen Dank dafür. Dankeschön.